Lebensblüten Erinnern, Lächeln, Verschenken Mein Name ist Jutta Oberweger, ich bin Pressesprecherin der oberösterreichischen Gesundheitsholding. Das Projekt Lebensblüten unterstützt denn? Am Projekt Lebensblüten fasziniert mich insgesamt die Idee. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schnell man die Stimme eines geliebten Menschen vergisst. Und ich fände es wunderbar, Tondokumente von meinen Liebsten zu haben, die ich sehr vermisse. Lebensblüten Erinnern, Lächeln, Verschenken